Motherfucker, ich dick an deine Motherfucking Motherdope Roll durchs Ghetto aus dem Hammer, blowt Havanna Smoke Servus Leute, ich bin zwar wieder euer Micha Und die letzte Zeit haben mich einige Leute gefragt, wie man über das Internet mehrere tausend Euro im Monat verdienen kann Darauf habe ich jetzt eine Antwort Das einzige was ihr dazu machen müsst, ihr schickt mir per Youtube eure Paypal Account Daten Das heißt euren Username oder euer Passwort Oder ihr erteilt mir eine Vollmacht über euer Girokonto Wenn ihr das einmal gemacht habt, dauert es ein bis zwei Wochen Und ihr werdet sehen, ihr habt schon mehrere tausend Euro auf dem Konto Danke fürs Zuhören, euer Micha, ciao Ja! 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 Ja!